Im Elden Ring DLC gibt es drei richtig gut versteckte Waffen. Sie haben alle ein cooles Talent. Wo ihr sie herbekommt, zeige ich euch in diesem Video. Bleibt gespannt. Servus Befleckte! Heute bin ich vor euch mit einem weiteren Elden Ring Video zurück. Und zwar geht es um geheime Waffen. Die sind richtig gut im DLC versteckt. Und die möchte ich euch heute zeigen. Außerdem gibt es natürlich übers Wochenende auch noch mehr Videos. Einmal möchte ich euch noch separat mehr Builds vorstellen. Normale Builds, mit denen es verdammt viel Spaß macht, das DLC durchzuspielen. Und dann auch die besten Waffen. Und auch nächste Woche ist für Content gesorgt. Ich möchte euch die besten Anrufungen vorstellen. Zauber und auch nochmal separat Rüstungen. Und mal schauen, was das DLC sonst noch hergibt. Wer das nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Und ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wie weit seid ihr aktuell im DLC. Bin ich echt gespannt. Ich könnte mir vorstellen, eventuell sind die meisten vielleicht durch oder hängen am Endboss. Oder vielleicht bin ich da auch komplett falsch. Und ihr seid noch weiter vorne im DLC. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und nächste Woche gibt es noch ein weiteres Game, was rauskommt. Und zwar The First Descended. Könnt ihr mal gerne auch in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das Spiel auf dem Schirm habt. Ist ein Loot-Shooter. Ihr seht es ja auch hier kurz eingeblendet. Weil da kann man auch coole Builds scheinbar bauen. Gibt verschiedene Klassen. Und das Ganze hört sich echt cool an. Und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ist auch kostenlos. Natürlich gibt es da einen Echtgeldstore. Aber man kann auf jeden Fall gratis mal reinschauen und gucken eben, ob das Ganze für einen etwas ist. Die erste geheime Waffe, die ich euch zeigen möchte, ist das Schwert der Finsternis. Man hebt es in die Luft und es dreht sich und verursacht heiligen Schaden und setzt die heiligen Resistenz der Gegner runter. Und ich finde, dieses Talent sieht einfach extrem geil aus. Und passt natürlich auch super zu dem Schattenkatana optisch. Aber natürlich auch zu dieser Schwarzen Ritterrüstung, die ich euch auch schon mal in einem separaten Video gezeigt habe. Und ich finde, das Ding ist auf jeden Fall optisch ein absolutes Highlight. Wo bekommt ihr das her? Wir brauchen erst eine Vorbereitung. Und zwar benötigt ihr einen schweren Ofentopf. Falls ihr die noch nicht habt, dann zeige ich euch, wo ihr sie herbekommt. Am besten braucht man mindestens einen schweren Ofentopf. Bestmöglich drei oder am besten vier schwere Ofentöpfe. Das Rezept dafür findet ihr hier an dieser Stelle im ersten Gebiet zu dem Hauslaufen. Dort ist eine Leiche und ihr bekommt das Rezept für den schweren Ofentopf. Dann braucht man schwere, gesprungene Töpfe. Und die findet man zum Beispiel hier in der Höhle. Ganz unten gibt es sehr viele Töpfe, riesige Töpfe eben. Und da kann man auch eben so einen schweren, gesprungenen Topf looten. Ansonsten hier auf der rechten Seite, ich glaube sogar zwei sind es in der Höhle. Ansonsten hier auf der rechten Seite gibt es auch einen schweren, gesprungenen Topf. Man kann sich hier in der Region runterfallen lassen. An dem Haus ist es, glaube ich, kommt dann unten raus und kann dann einfach rüber reiten oder rüber laufen. Und holt sich dann auch in einem Haus diesen schweren, gesprungenen Topf. Ansonsten, wenn ich nicht falsch liege, ist ebenfalls hier in diesem Gebäude auch ein schwerer, gesprungener Topf. Wenn ich nicht falsch liege, dann müsst ihr einfach den Aufzug runterfahren vom Erdgeschoss links rüber laufen, den Aufzug runter. Und da sind auch sehr viele größere Töpfe. Und wenn ich nicht falsch liege, ist da auch noch einer. Dann solltet ihr wirklich genug haben. Ansonsten braucht man noch Ofengesichter. Die bekommt man für die Herstellung durch so Lavariesen, wenn man sie tötet. Oder zum Beispiel an dieser Position liegt ein Ofengesicht rum. Oder ich glaube sogar in dieser Region liegen zwei Ofengesichter rum, wenn ich da nicht falsch liege. Und sonst findet man sie natürlich auch an anderer Stelle im Spiel. Und was man auch noch benötigt, ist zum Beispiel Mesmosglut. Bekommt man hier in dieser Region, wenn ihr hier unten zum Beispiel schon wart, könnt ihr hier komplett entlang reiten, hier rüber. Und auf diesen Dächern sind dann so Lavafiecher, die explodieren. Und die haben eine gewisse Chance, diese Mesmosglut fallen zu lassen. Und dann könnt ihr diese Ofentöpfe herstellen. Als zweites benötigen wir ein Grundschwert, um das dann später in das Schwert der Finsternis verwandeln zu können. Und das Schwert bekommen wir hier an folgender Position. Und zwar hier, wo man auch die Ofengesichter herbekommen hat. Und wie man dort hinkommt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar müssen wir hier zum Platz am Haupttor reisen. Falls ihr hier noch nie wart, könnt ihr auch vom ersten Gebiet von hier den Weg rübernehmen, runterhüpfen, übers Wasser auf der anderen Seite hoch, einen Stein zerstören. Dann ist der Lift aktiv. Ihr könnt mit dem Pferd hochhüpfen, durch die Burg durchrennen, jeden Gegner ignorieren und den Weg auch komplett durch, bis ihr eben dann hier bei dem Platz am Haupttor ankommt. Ihr müsst hier aber einen Nebenboss besiegen. Und von hier aus zeige ich euch den Weg, wie er in das untere Gebiet kommt. Falls ihr den Shortcut auf der rechten Seite noch nicht freigeschaltet habt, müsst ihr den linken Weg einmal hier entlang nehmen, bis ihr dann eben an dieser Stelle seid. Und dort werde ich jetzt auch vorbeikommen. Nur nehme ich eben jetzt den kürzeren Weg. Eventuell habt ihr den Shortcut von außen geöffnet. Falls nicht und ihr müsst den Weg außen rumlaufen, empfehle ich euch, wenn ihr jetzt hier an der Stelle seid, einmal runterzulaufen, wo ich gerade war. Und eben die Türe zu öffnen. Shortcut für die Zukunft. Wir halten uns dann eben rechts an diesen Gegnern vorbei. Bestmöglich nicht treffen lassen. Und hier geht jetzt eine Leiter runter. Und man kann mit einem Sarg in das untere Gebiet fahren. Und das ist eben richtig gut versteckt. Ich habe das am Anfang gar nicht gefunden. Und zwar hier um die Ecke kann man nämlich rein und dann hier die Leiter runterrutschen. Ganz wichtig, runterrutschen. Denn es geht hier sehr tief runter. Wenn ihr springt, dann sterbt ihr. Ihr seht, der Fallschaden wäre auf jeden Fall viel zu hoch. Wenn ihr unten seid, haltet ihr euch hier durch. Und es gibt noch ein Gemälde, da habe ich nicht eingesammelt. Die Wand muss man zerstören. Und dann ist der Weg frei. Man kann hier runterhüpfen. Gegner warten hier nicht auf euch. Und dann seht ihr gleich auf der linken Seite gibt es einen Sarg. Und dort einsteigen und ihr kommt im unteren Gebiet raus. Ihr seht, ich befinde mich hier schon an der richtigen Position. Und hier müssen wir jetzt einen Lava-Riesen aktivieren mit dem schweren Topf. Und der versperrt diesen Eingang. Das habe ich bei mir schon gemacht. Ich werde es euch aber auch gleich zeigen, wie das Ganze funktioniert. Falls ihr extrem viel Pech habt und ihr kriegt es mit diesen schweren Öfentöpfen einfach nicht hin. Ihr könnt sie nicht herstellen, weil ihr die Matts schon verbraucht habt etc. Gibt es auch einen Trick, der momentan noch funktioniert. Und zwar kann man auch von hinten in diese Burg reinspringen. Das Ganze erfordert aber ein bisschen Übung. Und zwar kann man hier immer weiter hochspringen. Und hier geht es dann auch weiter. Man kann dann immer weiter nach links springen, bis man dann eben zu dem Eingang kommt, wo die Mauer eben kaputt ist. Wie gesagt, ist ein bisschen Übung. Aber man schafft es dann im Endeffekt auch hier rein. Aber der richtige Weg ist eben vorne diesen Lava-Riesen zu aktivieren. Eintopf braucht man auf jeden Fall. Man kann ihn dann eben auch so mit irgendwelchen Waffen töten. Aber diese Lava-Riesen haben natürlich extrem viel Leben. Wie aktiviert ihr diesen Riesen? Der sitzt eben hier. Und jetzt bin ich wunderbar. Weiter rechts befindet sich auch nochmal so ein Lava-Riesen. Der ist jetzt weg, weil ich natürlich gestorben bin. Den könnt ihr aber ignorieren. Und wenn ihr dann hier an der Stelle seid, reitet ihr links, um den jetzt hier eben vor dem Eingang zu aktivieren. Der bei mir natürlich jetzt hier schon weg ist. Ihr reitet hier einfach die Leiter hoch durch den Eingang durch. Und müsst jetzt hier über die Burgmauer drüber hüpfen. Hinten noch über das Dach drüber. Zack. Und hier dann auf den Balkon. Und wenn ihr hier steht, könnt ihr dann eben den Topf unten auswählen, wenn ihr ihn ausgerüstet habt. Und könnt ihn dann eben in den Lava-Riesen reinwerfen. Und dadurch wird er eben aktiviert. Ihr könnt ihn dann im Nahkampf bekämpfen. Gibt eine coole neue Kristallträne. Oder ihr werft von oben Lava-Töpfe rein. Oder ihr ignoriert ihn einfach. Ihr müsst dann nämlich hier reinreiten zu diesem Altar. Und schnappt euch das Grundschwert. Zack. Wunderbar. Warum kann ich es nicht aufheben? What the hell? Jetzt geht das Ganze. Das ist nämlich das Grundschwert, das wir jetzt eben benötigen, um eben das Schwert der Nacht oder der Finsternis eher gesagt herzustellen. Falls ihr den Lava-Riesen easy töten möchtet, müsst ihr hier komplett über die Burgmauer hüpfen entlang, bis ihr vorne auch wieder auf dem Balkon seid auf 12 Uhr. Und dort kann man dann drei Lava-Töpfe wunderbar in ihn von oben reinwerfen, die schweren Feuertöpfe. Und dann ist er in Sekunden tot und ihr habt ihn auch gleich ausgeschaltet. An der Stelle ist es jetzt ganz wichtig, außer das Schwert der Finsternis, das ihr jetzt hier nochmal seht, gibt es auch das Schwert des Lichts. Das habe ich euch noch nicht gezeigt, habt ihr natürlich vorher schon im Video gesehen. Und das ist das Gegenstück. Und ihr müsst euch in einem Spiellauf entscheiden, ob ihr das Schwert des Lichts, das verstärkt nochmal dann auch den heiligen Schaden, oder eben das Schwert der Finsternis, was nochmal die Resistenz runtersetzt, entscheidet. Ihr müsst dann zwei Spieldurchläufe machen, um beide zu besitzen. Oder ihr sprecht euch mit einem Kumpel ab und dupliziert das Ganze mit Speicherstand hochladen oder Speicherstand Backup machen. Dann habt ihr in einem Durchlauf beide Waffen. Und die kann man natürlich zum Beispiel dann auch kombinieren. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier dann an den Gegnern dran sind, kann man zum Beispiel erst diesen Angriff hier machen. Zack. Gut, wenn sie jetzt nicht direkt tot wären. Und danach kann man natürlich dann hier auch nochmal mehr rausholen mit dem Angriff. Sieht auch optisch echt geil aus. Ich mache natürlich jetzt hier weiter mit dem Schwert der Finsternis. Und zwar befinde ich mich ganz am Anfang im ersten Gebiet. Und um das zu bekommen, müssen wir hier entlang reiten, komplett durch. Und hier hinten ist eine Höhle. Und dort reite ich jetzt hin. Ich befinde mich jetzt hier ganz am Anfang in der Höhle. Habe die Gegner ausgeschaltet, dass mit euch schnell durchlaufen kann. Und zwar müsst ihr hier an dieser Stelle auf die Decke achten. Dort kommt nämlich eine, ja, die Decke runter. Jetzt bin ich selber getroffen worden. Man kann auf der linken Seite reinlaufen, Ganze kurz abwarten und läuft dann weiter. Wir müssen noch ein gutes Stück in die Höhle reinlaufen und der Schwert ist wirklich richtig gut versteckt. Haltet ihr euch dann rechts immer weiter geradeaus. An der Stelle, wenn wir jetzt gleich auch unten bei der Treppe ankommen, gibt es so ein kleines Geschütz mit Feuer, was sich abballert. Das ist echt böse platziert. Haltet euch dann links. Hier seht ihr, die Decke kommt dann ebenfalls runter. Ihr hüpft hier runter. Und so schnell wie möglich, wow, das hat ja super funktioniert, geht man dann hier rein in den Eingang. Wartet dann ab, bis das Teil wieder runterkommt. Und rennt dann auf die andere Seite weiter in die Höhle rein. Immer tiefer. Von hier nehmen wir dann den Aufzug. Unten angekommen, direkt geradeaus weiter. Man könnte runterspringen. Zack. An der Stelle den Gegner geradeaus habe ich nicht ausgeschaltet, weil er im Endeffekt egal ist. Ihr haltet euch links. Weiter geht es runter. Und jetzt sind wir auch gleich schon da. Und das ist jetzt hier der riesige Bereich. Hier kommt auch die Decke runter. Immer kurz abwarten, bis sie runterkommt. Müsst ihr euch da ein bisschen nähern. Zack, da ist sie. Und dann lauft ihr hier zur linken Seite. Da kommt auch ein Gegner dann von der Decke runter. Wartet wieder, bis die Decke unten ist. Lauft zum nächsten Spot. Und hier auf jeden Fall aufpassen, dass er nicht runterfällt. Zack. Und danach kann man komplett durch sprinten. So schnell wie möglich. Hier sind natürlich auch überall Gegner. Und die habe ich schon ausgeschaltet. Und von hier müssen wir jetzt in so eine Luke reinspringen. So eine Einbuchtung. Ihr seht das Ganze. Das ist gar nicht so einfach. Ihr müsst da schon am besten einen Tick vorher springen, wenn das Teil runterkommt. Mal schauen, ob ich das Ganze hinbekomme jetzt. Guckt ein bisschen zur Decke. Und wenn es runterkommt, dann gleich springen. Zack. Bin ich auch drin. Hier oben gibt es dann noch eine Asche. Könnt ihr mitnehmen. Ich selber finde sie jetzt nicht so gut. Springt dann auf diese Decke drauf. Und lauft auf die andere Seite rüber. Zack. Und hat auch wunderbar geklappt. Hier könnt ihr dann runter springen. Und hier ist dann normalerweise, wenn ihr hier hingeht, also Altar untersuchen, da bekommt ihr dann das Schwert der Finsternis. Das mache ich jetzt nicht, weil in dem Durchlauf möchte ich eben noch das andere Schwert holen. Ihr müsst euch eben entscheiden, entweder oder. Für das Schwert des Lichts müssen wir jetzt ganz links auf die Karte. Ihr müsst hier in dieses grüne Gebiet. Wie kommt man dorthin? Auch durch die Burg durcharbeiten. Durch diesen Eingang hier durch. An der Stelle muss man dann sich links halten. Einen Aufzug runter. Kommt dann hier durch das Gebäude durch. Komplett über die Brücke. Kommt dann hier in dieses Gebiet. Kann hier dann sich runter durcharbeiten. Kommt zu der Gnade. Kann hier drüber springen. Läuft durch das Wasser. Hier ist auch nochmal ein Lavariese. Und man ist dann hier an dieser Gnade. Und von hier aus zeige ich jetzt, wie ihr an das Schwert rankommt. Ihr reitet hier in diesen großen Eingang rein. An den Gegnern gleich vorbei, wo dieses Feuer runterkommt. Ab nach oben. Aufpassen natürlich, dass es euch nicht trifft. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Haltet euch dann rechts weiter nach oben. Und ihr nehmt dann jetzt hier gleich den rechten Ausgang. Zack. Dann seht ihr das Gebäude hier. Einfach dran vorbeilaufen. Geradeaus seht ihr hinten schon den nächsten Eingang. Dort müssen wir rein. Die Treppe nach oben. In den Eingang rein. Und dann komplett durchreiten. Auf die andere Seite. An den Gegnern vorbei. Hier kann es wirklich ein bisschen tough sein. Genau deswegen. Weil hier, ja ich hoffe ich gehe jetzt nicht drauf. Wow. Wow. Genial. Zweiter Versuch. Ich hoffe das Ganze klappt. Ich bin jetzt nicht runtergefallen. Schauen wir mal, dass man hier weiter durchkommt. Springen wir ein bisschen in der Hoffnung, dass sie mich hier nicht erwischen. Immer weiter geradeaus. Wenn ihr hier seid, haltet euch rechts. Da sind auch noch mal einige. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier nicht erwischt werde, trinke ich noch einen Trank. Und das Ganze haben wir geschafft. Und hier gibt es einen geheimen Pfad. Super krass. Zack. Einfach drauf. Eine geheime Brücke. Und ihr seht hinten schon den Altar. Und jetzt, wenn ich hier dieses Schwert abgebe. Zack. Dann bekomme ich das Schwert des Lichts. Eine weitere geheime Waffe ist Euphoria. Das ist eine Doppelklinge. Und die hat auch echt cooles Talent drauf. Das seht ihr hier, wie man den Gegner damit angreifen kann. Ich finde es nicht ultra stark. Aber diese Waffe ist extrem gut versteckt. Und, ja, sollte man sich, finde ich, auch abstauben. Ist auch optisch jetzt hier ein absolutes Highlight. Ich befinde mich jetzt hier schon an der richtigen Gnade. Und zwar hier im letzten Bereich vom DLC. Ihr kommt hier noch mal zu einem Boss. Ja, wenn ihr die Hauptstory verfolgt, müsst ihr dann hier den Baum anfackeln. Und das solltet ihr erst machen, wenn ihr alle wichtigen NPC-Quests abgeschlossen habt. Und dann landet ihr hier in diesem Gebiet. Könnt ihr euch dort durcharbeiten. Muss man sowieso machen. Ist auf dem Hauptstory-Weg. Und dann kommt ihr irgendwann hier zu diesem Turm. Der Weg normalerweise geht jetzt dann hier hoch. Aber wir müssen noch mal zurücklaufen. Ihr seid dann diese Treppe hochgelaufen. Und wir laufen sie eben noch mal runter. Und wenn wir jetzt da vorne diesen betenden Dude sehen, laufen wir links an ihm vorbei. Und hüpfen jetzt hier zack runter. Von hier aus geht es dann noch mal einen weiteren Sprung runter auf diese Treppe. Zack. Und dann lauft den Weg weiter nach oben und lasst euch hier runterfallen. Passt auf, dass ihr nicht zu weit runterfallt. Zack. Hat auch wunderbar geklappt. Dann geht es hier noch mal runter. Und dann läuft man über diese Torbogen drüber. In der Mitte lässt man sich dann auch noch mal runterfallen. Zack. Lieber das Ganze ein bisschen langsamer machen. Wie zu schnell, wenn man hier fällt, ist es dann eben ein bisschen schade. Und dann hier ebenfalls noch mal runterspringen. Zack. Ihr könnt rechts oder links rum. Ich werde das Ganze jetzt links rum machen. Ist ein bisschen kürzer. Auf der anderen Seite kriegt man noch ein Item. Lass mich hier runterfallen. Hier ist auch noch ein Gegner. Den ignoriere ich immer. Weil er nicht schnell genug ist. Und an der Stelle kommt jetzt der schwierigste Sprung. Und zwar geradeaus zuspringen. Hier hoch. Zack. Und wenn es klappt, landet ihr auf dem Sims und könnt runterspringen. Und von hier aus ist es jetzt nicht mehr wirklich schwer. Also muss jetzt keine komischen Passagen mehr laufen. Es wartet nur ein härterer Gegner. Zack. Hier in den Eingang rein. Und mit dem Fahrstuhl runter. Ihr werdet gleich sehen, hinter mir ist noch ein Skorpion. Aber den kann man ignorieren. Einmal weiterlaufen. Der kommt hier eben nicht rein. Wir fahren eine Etage tiefer. Von hier aus geht es dann zum Ausgang. Haltet euch dann rechts. Die Gegner hier ignoriere ich auch jedes Mal. Unten kommt aber ein härterer Gegner. Man kann die Gegner natürlich auch ausschalten. Gar kein Problem. Ich versuche das jetzt ohne. Und der hier ist schon ein bisschen ordentlicher drauf. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man aber schnell genug ist, kann man ihn so ein bisschen austricksen. Von hier runter springen. In der Hoffnung, dass er dann eben nicht nachkommt. Weil wenn er dann hier auf der Plattform mitlandet, ist es ganz unschön. Es hat bei mir perfekt funktioniert. Am besten von links eben dann drüber springen. Und jetzt kommt ihr unten an. Und hier haben wir es jetzt auch schon geschafft. Man muss nichts mehr machen, außer diese Türe öffnen. Und dann werdet ihr gleich sehen, was passiert. Finde ich, ist wirklich richtig krass versteckt. Und das sind jetzt hier die versteckten Waffen im Elden Ring DLC gewesen. Ihr seht, hier sitzt eine Leiche. Und die müsst ihr natürlich looten. Und dann habt ihr die Doppelklinge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten mehr Videos werden natürlich in den nächsten Tagen rauskommen. Wer die nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.